also leute wir mit alles gepackt jetzt geht es zum bunker ich bin schon echt aufgeregt und ich hoffe die schlüssel funktionieren ist aufgeregt ok let's go also seid ihr gespannt auf den bunker lucy war noch nicht beim bunker also ich war schon mal beim bunker mit melchior würdest du mit lucy ein dreier machen ich werde bereit ohne melchior jetzt kommt eine interessante frage würdest du lucy ein onlyfans account haben was nicht die einnahmen bekomme dann ja jetzt kommt die wahrheit ans licht wenn das die richtigen schlüssel was dachte lucy wo wir hingehen wir sind jetzt hier einfach irgendwo wellness urlaub spa oder so also jetzt werden erst mal köpfe abgeschlagen also fangen erst mal an damit mit lucy's kopf und danach melchwurst kopf komm mal her wir müssen jetzt erst mal suchen welchen baum wir fällen wir wollen natürlich nur die kranken bäume fällen wie lange glaubst du dass ich für diesen baum brauche 20 minuten 15 minuten 20 minuten welcher zeit schaffe ich es nicht du schaffst niemals in 10 minuten ich glaube auch nicht wenn ich das schaffe in 10 minuten diesen baum zu fällen ok dann wird sich mein wunsch erfüllen ein dreier mit lucy ok ohne melchior das darf ich mir aussuchen ansonsten wenn ich es nicht schaffe muss ich mir einen onlyfans account nein zehn minuten go let's go den baum streichen ich habe dir nicht gesagt ich bin baum fäller vom beruf ich habe es geschafft wie lange ist die uhrzeit neun minuten neunzehn weiß was bedeutet dass ich nicht ja gesagt doch also seite bereit wir gehen jetzt in den bunker rein wir brauchen aber auf jeden fall noch nicht ganz noch schnell die taschen abholen also sollte wollen lucy die richtigen schrecken einjahren sie wird richtig schiss haben und ich habe ein bisschen angst auf ihre reaktion weil sie mag es gar nicht und sie wirklich gar nicht erschreckt zu werden ok leute lucy bist du ready auf jeden fall die taschenappel Leute ich will die achse haben weil sie hat richtig schiss dass da irgendjemand drin ist also ich weiß echt nicht weiß wirklich nicht ähm weil manchmal brechen da wirklich Leute ein deswegen wir haben richtig schiss dass da jetzt ein obdachloser oder so ist aber ich hoffe nicht ihhh das stinkt nein das wird schon ich beschütze sie wow das ist eine spinne richtig schiss man schau einfach die ganze zeit auf dem boden ich beschütze sie ist da jemand drin oh das geht nicht auf ich hab sie die ganze zeit zugemacht alter 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 jetzt ist es offen wow ok ok was ist das hier echt was ist das Leute ich weiß nicht nur wissen wer hier war was ist das war Leute du hast die Toilette nicht die Toilette aufmachen nicht soll ich die aufmachen nein Alex nein das ist so Horrorfilm auf ich mach auf ich mach auf nein nein mach dich auf AHHHHHHHHH wo ist Melchior hin Hä Melchior 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 ich find's nicht wirklich wenn er mich erschrecken will die Leute irgendwie Melchior ja ähm Melchior da ist was ich bin nicht raus 連 das ich hab irgendwas gesehen ich hab irgendwas gesehen was istie ответ DAN 그렇지 Ich habe irgendwas gesehen, du siehst. Wo, 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 wo! Melchior! Wer ist da? Was ist da? Was ist da? Mach keinen Scheiß! Ist Melchior rausgegangen? Melchior! Ich bin raus. Ich glaube, Melchior ist rausgegangen. Melchior ist wirklich rausgegangen. Ja, dann können wir doch auch rausgehen. Wieso bleiben wir denn hier drin? Schau mal, wir wollten doch, wir wollten hier doch nur einfach... Ich glaube, hier ist nichts. Ich nehme deine Hand, okay? Ja. Ich will das nicht mehr. Lucy, ich habe dich, okay? Aber die Schatten sind richtig creepy. Melchior? Da war nichts. Doch! Wo hast du denn was gesehen? Da! Das sind manchmal echt andere Sachen. Ich schwöre, es sind echt nur... Schau mal, hier ist alles richtig alt und dreckig und ekel. Wenn ich was mir irgendwie in der Story... Jetzt losgehen, drüchte ich echt mal. jetzt losgehen colour die nach ihnen... Jetzt, hier, dann losgehen wir ja nicht. Jetzt losgehen wir ja nicht, wie du... Hier, dann losgehen wir ja nicht. Jetzt losgehen wir ja nicht mehr. Was ist das denn? Du bist ja alles! Die zu dir nicht. Jau, Melchior! Melchior! Digga, was machst du denn? Ich hab nicht erschreckt, Digga! Mach uns auf, bitte! Ich versuch's, Digga, aber es klebt durch die Liga! Ja, die Polizei wird uns auch nicht helfen. Nein, natürlich, sie kann uns herausholen. Melchior, mach keinen Scheiß jetzt, ich hab richtig Schiss. Warte mal, Alter. Ach, Melchior, Mann, wir sind seit 20 Minuten hier. Ach, Lucy, ist doch nichts Schlimmes. Du frest mich so. Was ist denn los? Ja, zu euch, wieso sind wir überhaupt hier hingegangen? Was ist denn los? Melchior, machen wir uns jetzt mal auf. Digga, Lucy ist echt schon richtig mad. Was ist denn so neu? Lucy! Weg! Lucy! Nein! Lucy, komm schon! Nein! Lucy, komm schon, es war doch... Nein, ich hab keine Lust mehr, das war so schlimm! Mein Herz hat so gerast! Du weißt schon, das war nur ein Prank. Was? Das war nur ein Prank. Melchior, wir haben das geplant. Es war nur Spaß gemacht. Es war nur Spaß gemacht. Die Leute haben ein bisschen erschreckt und so. Ich will nie wieder sehen. Nein! Nein! Du bist dich! Lucy, komm schon! Nein! Ich hab richtig verkackt, Leute. Ey, das war echt nur Spaß, Lucy, komm schon! Digga, mach die Kamera aus, mach echt die Kamera aus. Was? Das war doch nur Spaß! Das war doch nur Spaß! Mit sowas macht man keinen Spaß, Alex! Mann! Das ist einfach nur Scheiße! Weißt du, mir ging's richtig, richtig... Geht mal weg! Ne, Bro, geh echt weg, Mann! Ohne Joke! Mir ging's richtig, richtig fache! Digga, wir haben echt ein bisschen übertrieben, Mann! Aber ich dachte nicht, dass sie es so ernst nimmt, Mann! Digga, fuck! So Pist hab ich sie echt ewig nicht gesehen. Lucy ist echt ne Liebe, ne? So habe ich sie auch noch nie gesehen. Arschlöcher! Willst du den Leuten noch was sagen? Es tut uns leid! Wirklich! Geht nie mit denen auf irgendeine Wanderung! Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was Alex für eine Bestarfen verdient! Keine Bestarfen, Leute! Ich würd sagen, das war... Okay, das war's, mein erstes YouTube-Video! Lust, dir geht's wieder gut, oder? Komm mal her, zeig den Leuten, dass es dir gut geht! Seht ihr, sie hat ein Lächeln! Leute, abonniert den Kanal! Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat! Würde mich richtig, richtig freuen! Wirklich, wenn es euch unterhalten hat! Wenn es euch Spaß gemacht hat! Und Lucy wird auf jeden Fall wieder geprankt! Nice! Das war schlecht! Also Leute, ich geh jetzt zu Fuß! Ihr könnt mit dem Auto fahren! Ciao! Ciao!